Die Frau beschwert sich beim Mann, wie schlecht der Sex war. Er fängt an sich anzuziehen. Ich will gerade gehen, sagt sie, was machst du denn? Ich hole mir eine zweite Meinung ein. Ja, wenn das auch euer Humor ist, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dann, tschüss.